Moin Leute, ich bin heute im größten Indoor-Bikepark Europas in Stride in Straßburg und auf dem Rückkurs hier vorne, da verschaffe ich mir erst mal einen kleinen Überblick In Linz sehe ich schon mal einen Pump-Back, da will ich auf jeden Fall noch mal lieben Ich bin heute im größten Ich bin heute im größten Und jetzt im größten Ich bin heute im größten Hier rechts fahre ich gleich mal raus, da gibt es ein paar Nausschau und Balancefrecken und die will ich mir mal anschauen. Mann, 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 ey! Mann, 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 Mann! So, genug gespielt, zurück auf den Rundkurs. Mann, 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 Mann! Mann, 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 Mann Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt erstmal zum Pump Crack. Untertitelung des ZDF, 2020 Einen kleinen Balancebereich gibt es hier auch noch und den schaue ich mir jetzt auch mal an. Schatze! 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 Schatze!